Martin Thoma hat mir im Auftrag der Bundesregierung einen hervorragenden Energiespartipp zukommen lassen. Martin Thoma, vielen Dank dafür, den möchte ich jetzt vortragen tun, auch an euch meine Bitte. Wenn ihr noch für die Bundesregierung Energiespartipps habt, teilt sie mir in den Kommentaren mit. Ich werde sie dann, wenn ich sie nicht schon veröffentlicht habe, veröffentlichen, wenn sie umsetzbar sind. Denn ich muss ja auch umsetzbar sein. Und Martin Thoma hat was ganz Tolles. Passt auch in die Zeit. Wir haben nämlich gerade in Sibirien keine kleine Landfläche unter minus 60 Grad. Und in Berlin seit vier Tagen jetzt immer unter 0 Grad. Also auch am Tag. Und es geht bis minus 7 Grad. Soll noch kälter werden. Und es soll angeblich der kälteste Winter seit über 20 Jahren kommen tun. Deswegen ist ja Energiesparen wichtig. Und da hat der liebe Martin uns einen tollen Tipp mitgebracht. Vielen Dank dafür. Besorgt euch bitte eine große Wärmeflasche. Und wenn ihr euren Kaffee trinkt, auf Arbeit zum Beispiel, bei den Werktätigen, dann füllt ihr nicht wie üblich in eine Thermoskanne. Nein, ihr füllt euren heißen Kaffee in eine Wärmeflasche, trinkt ihn aus der Wärmeflasche. Und zwischendurch wärmt ihr euch am Körper mit der Wärmeflasche. Das gleiche könnt ihr natürlich auch mit Tee machen, mit eurem Schlaftee, mit eurem Gute-Nacht-Tee. Und dann habt ihr die Wärmeflasche, die euch wärmt und etwas Warmes zum Trinken. Also ein Doppel-Effekt quasi. Und könnt noch weniger heizen. Also ihr heizt das sowieso ganz schlimm. Also der Chef der Bundesnetzagentur hat ja auch gesagt, hier den Namen habe ich vergessen, habe das Video aber heute auf YouTube hochgeschoben. Da habe ich auch ein Bild von ihm gezeigt. Zumindest habe ich ihn zitiert. Auf YouTube habe ich ein Bild von ihm gezeigt. Auf jeden Fall, der hat gesagt, also es geht so nicht weiter. Die Leute verschwenden zu viel Gas, zu viel Wärme. Und das ist ja auch meine Aufgabe hier, euch zu mahnen, bitte nicht heizen gegen Putin. Kein Licht gegen Putin. Und zu Hause bleiben gegen Putin. Punkt aus Ende. Es kann so einfach sein. Und jeder, jeder, der heizt, ist N-A-Z-I. Und jeder, der Licht anmacht, ist auch N-A-Z-I. Außer im Bundestag. Im Bundestag gilt das nicht. Freunde, auf in den Tag, in den Abend, in die Nacht, wann immer ihr dieses Video sehen tut. Und bleibt standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und lasst uns zusammenhalten und Energie sparen. Energie sparen gegen Putin. Ja, Blatt, der Fehler. So, ich bin jetzt weg. Grüße von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau Martina. Und auch hier gilt es, ich habe euch lieb. Alle Informationen zu meinem Kanal und zu allem anderen hier unten in der Videobeschreibung. Bis bald beim nächsten Energiespartipp. Ja, das kann so einfach sein. Also mit der Wärmeflasche finde ich wirklich toll. Ist toll, ja. Ich habe eine Wärmeflasche. Also da ist Elvis Presley drauf. So habe ich mal geschenkt bekommen, ja. Follow Seth Riemau, glaube ich, ist da drauf. Auf der Wärmeflasche, ist wirklich wahr, ja. Gut, aber im Bundestag ist immer gut geheizt, ja. Gut, aber im Bundestag ist immer gut.